Gerade beim Wintercamping oder auch einfach an verregneten Sommertagen ist es ultra gemütlich eine coole Sitzecke zu haben, wo man den Tee oder Kaffee drinnen trinken und geniessen kann. Für uns ist das Luxus pur und was für verschiedene Elemente wir hier zusammengebaut haben, wollen wir euch heute zeigen. Ja, da hat die Ronja vollkommen recht. Und warum sagt sie Luxus pur? Denn, wir haben es ja schon mal erzählt, wir kommen vom Mercedes Vito. Und im Mercedes Vito hatten wir im Endeffekt eigentlich nur immer das Bett mit ein bisschen Stauraum. Wir haben mal versucht eine Sitzecke einzubauen, das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Deswegen sind wir richtig happy, dass wir jetzt hier so eine schöne Vierer-Sitzecke haben. Ja, total. Fangen wir einfach mal an. Was haben wir gesagt? Wir fangen Rücksitzbank an und arbeiten uns nach vorne durch. Spielt keine Rolle. Die Rücksitzbahn. Ja, was ihr wahrscheinlich schon angeteasert im letzten Video gesehen habt, wir haben eine neue Polsterung. Die Polster sind von Drive Dressy. Die haben wir, ja, ich weiß, wir haben fast Juni, aber die haben wir letztes Jahr, oder wenn ihr das Video seht, ist Juni. Die haben wir letztes Jahr im Oktober auf der Messe in Bern gekauft, den Stoff. Und haben jetzt endlich die Zeit gefunden, jemanden zu überreden. Vielen Dank, Hannah, für die Unterstützung. Unsere Nachbarin zu überzeugen, dass sie uns doch bitte die Polster, beziehungsweise den Stoff verarbeitet und dann hinterher als Überzug uns fertig macht. Ja, hat sie richtig super hingekriegt. Und dann gehen wir mal ganz kurz auf den Stoff an sich. Wir haben einen schönen Waldstoff genommen, der auch an sich ziemlich günstig war. Ich glaube, es waren anderthalb oder anderthalb Laufmeter, zwei Quadratmeter, irgendwie sowas, zu einem Messepreis von 110 Franken. Ich weiß es nicht mal. Irgendwie sowas, aber das hat Dicke ausgereicht, um unsere Rücksitzbank komplett auszuprobieren, wie das qualitativ wirkt. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, ist echt gut. Hannah hat uns gesagt als Schneiderin, dass man das auch sehr gut verarbeiten kann zum Nähen. Aber den Langzeit- bzw. den mittelfristigen Test von dem Zeitraum an sich konnten wir natürlich noch nicht in Erfahrung bringen. Deswegen können wir euch erstmal nur sagen, es sieht schön aus, es lässt sich gut verarbeiten, alles andere kommt später. Und es gibt einfach richtig cool was her. Ja, und unser Gedanke war halt wirklich auch gewesen, dass man es, also es ist abziehbar und waschbar somit. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weil wir leider schon einen Fleck auf dem Polster haben und das sieht einfach unschön aus. Das heißt, es ist wirklich einfach, wenn es mal Flecken gibt, ab in die Waschmaschine und es kommt hoffentlich wieder gut raus. Richtig, ja, wir haben sogar zwei Flecken gehabt. Einmal ist die Ölflasche von oben runtergefallen und hat dann auf der Sitzfläche einen schönen Ölfleck hinterlassen. Und einmal war unsere Katze beim Transport auf dem Weg nach Spanien der Meinung, aus dem Katzenklo gegen das Rückenpolster zu pinkeln. Ja. Okay, das war zum Polster. Rücksitzbank ist aber noch nicht fertig und das ist auch das einzige Element, was wir haben einbauen lassen. Und zwar Rücksitzbank, hier werden irgendwann oder hier sitzen immer mal wieder Leute, wo wir gesagt haben, das muss safe sein, das muss sicher sein, das machen wir nicht selber. Und dementsprechend haben wir das bei Wohnmobil Heinrich in der Nähe von Frankfurt machen lassen. Für unsere Ansicht nach wirklich gutes, günstiges Geld haben wir den Boden von unserem Bus sowie die Rücksitzbank komplett einbauen lassen. Dazu noch den Holzrahmen bekommt, den ihr immer mal wieder seht. Ich glaube, das können wir auch mal so einblenden. Und haben bezahlt insgesamt, ich glaube, 1300 Euro vor zweieinhalb Jahren. Ja, und der Boden ist Pflicht. Genau, ich denke, das ist noch wichtig zum Sagen. Also der Boden, der gehört eigentlich zu dem Element dazu. Ja, genau, weil ursprünglich, wir wollten einen Korkboden nehmen für die Isolierung, ist aber nicht möglich, weil der TÜV und der MFK das nicht zulassen. Das muss wirklich ein spezieller Boden sein mit einer gewissen Dicke. Und Wohnmobilbau Heinrich hat uns das wirklich als Komplettpaket, ich glaube für 1300 Euro waren es, müssen wir aber nochmal nachgucken, fertig gemacht. Und das war auch ziemlich cool. Wir sind morgens um 8 Uhr hingefahren und um 13 Uhr konnten wir wieder weg. Der Einbau an sich haben wir leider nicht auf Video, weil als wir das vor knapp zwei, zweieinhalb Jahren machen haben lassen, da waren wir noch keine YouTuber. Da haben wir auch noch keine großen Videos gemacht. Vielleicht finden wir noch ein paar alte Fotos, die wir einblenden können. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir sind morgens um 8 Uhr hingekommen, dann haben sie schnell den Boden eingeklebt. Der musste, glaube ich, vier Stunden trocknen. In der Zeit sind wir dann einfach mal ein bisschen spazieren gegangen. Hinterher haben sie dann noch das Gestell von der Rücksitzbank draufgeschraubt und den Holzrahmen uns einfach noch mit reingepackt. Und schon war das Ganze fertig. Ja, das war eigentlich das Erste, das wir dann wirklich in den Bus eingebaut haben bekommen. Sonst war der nochmal noch total leer. Da war wirklich noch nichts drin. Ja, machen wir weiter mit dem Tisch. Ah, nein, Entschuldigung. Ich habe noch eine Sache vergessen und zwar, was auch immer viele Fragen in anderen Videos, was mir aufgefallen ist und das hier nicht fehlen darf, ist die Eintragung. Und zwar habe ich mich auch schlau gemacht und ich kann euch beide Varianten geben. Für Deutschland und für die Schweiz. In Deutschland ist es so, wenn man eine Rücksitzbank eingetragen hat, braucht man das separate TÜV-Zertifikat. Das ist in der Regel das TÜV-Zertifikat, was in der Bedienungsanleitung beiliegt. Dann führt man die Rücksitzbank dementsprechend beim TÜV vor. Der schaut sich das an und trägt das Ganze dann in den Fahrzeugschein ein. Bei der Zertifizierung, bei der Eintragung in der Schweiz ist das Ganze etwas anders. Da reicht das beiliegende TÜV-Zertifikat nicht aus. Ihr braucht nochmal ein extra Gutachten. Das extra Gutachten muss von einer externen Prüfstelle in der Schweiz durchgeführt werden. Und dann müsst ihr mit dem externen Gutachten und dem Prüfbericht, den der Hersteller damals hergestellt hat, wo man halt die Zugversuche sieht bei Umfällen etc. Also sprich Crash-Test-Report zum MFK gehen. Das ist die Motorfahrzeugkontrolle, also im Endeffekt das Pendant zum TÜV. Der schaut sich das Ganze an und trägt es dann in den Fahrzeugschein ein. Also etwas teurer im Verhältnis zu Deutschland. Und ja, ich will nicht sagen komplizierter, aber aufwendiger. Weil die Prüfstelle bei uns, die war schon anderthalb Stunden entfernt. Das heißt, wir mussten erstmal irgendwo hinfahren. Und dann konnten wir dann irgendwann später das Ganze eintragen lassen. Ja, jetzt bin ich aber fertig mit der Rücksitzbank und wir können weitermachen mit dem Tisch. Mit unserem schönen Tisch. Und zwar, aus was besteht der? Der Tisch hat eine Holzplatte. Was für Holz haben wir da? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht. Das ist auf jeden Fall auch Leimholz. Leimholz und es war eine Regalplatte aus dem Baumarkt. Also nichts weltbewegendes. Ja, genau. Dann haben wir das Tischpein. Blenden wir auch nochmal separat ein. Aus Treibholz, passend zu unserem Treibholzkanal. Das haben wir von Spanien. Aber ich weiß nicht mehr, an welcher Küste wir spazieren waren, wo wir es mitgenommen haben. Das war glaube ich an der Costa Brava. Genau, dort haben wir das mitgehen lassen. Mitgehen lassen, das hat sich anders als etwas geklaut haben. Mitgenommen. Ja. Und was besser ist. Dann ist das Ganze an einer Halterung angemacht. Das ist so ein typisches Schienensystem. Also das kriegt ihr in jedem Campingstore. Also das Schienensystem, das hat auch nicht viel gekostet. Ich glaube, umgerechnet 5 Euro. Eine Negativschiene, eine Positivschiene. Ihr hängt das ein und dann könnt ihr das Ganze etwas schieben. Und auch gleichzeitig ist es fest. Genau, also ein ganz einfaches System. Wir haben den Tisch eigentlich immer in unserem Oberfach. Und wenn wir den brauchen, nehmen wir den runter, stellen den kurz auf und in 30 Sekunden etwa ist der aufgestellt. Hast du die Zeit gemessen? Nein, aber geschätzt. Und er hält wirklich gut. Also ja, wir haben noch nie Probleme. Wir brauchen den relativ oft, eben wenn wir die Videos machen zum Beispiel. Oder auch wenn wir in Spanien am Morgen, wenn es noch stockdunkel ist und wir hier Spiele spielen oder essen. Regen, Wetter, Winter. Ihr wisst ja, wir sind leidenschaftliche Wintercamper und da ist das schon morgens Gold wert, beziehungsweise wenn es schneit etc. Genau, genau. Ich glaube, mehr gibt es zum Tisch nicht zu sagen. Nein, eigentlich nicht. Das ist ein Winkel im Endeffekt, den wir von Amazon gekauft haben, um das Bein zu arretieren. Und dann war es das eigentlich schon. Ja, dann das nächste ist noch die Drehkonsolen, aber darüber gibt es aber mir auch schon, wann war das? Auch schon länger her. Schon länger, ein separates Video gemacht, damit wir natürlich hier wirklich auch eine Sitzecke haben und genau ich meinen Mann auch zu Gesicht bekomme und nicht aus dem Fenster schaue. Das gleiche können wir mit dem Beifahrersitz natürlich auch machen. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt ein einziges Mal, als wir zu viert hier gesessen haben, sind gebraucht. Sonst in der Regel brauchen wir wirklich nur, du sitzt dort, ich sitze da. Ja, das Video zu der Drehkonsole, das blenden wir noch hier oben irgendwo ein. Und was wir aber noch sagen wollen, ist aktuell ist Fahrer- und Beifahrersitz noch nicht mit den Drive-Pressie bezogen. Jetzt machen wir erstmal so einen Test von einer Saison und schauen, wie der Stoff überhaupt wirkt. Und wenn der qualitativ gut ist, wird dann hinterher das Ganze auch noch bezogen. Das ist wesentlich einfacher, weil, ich habe schon nachgeguckt, bei Drive-Pressie selbst gibt es natürlich sehr viele konfigurierte Fahrer- und Beifahrersitze, wo man dann im Endeffekt das Komplett-Set bestellen kann und das nicht extra zu einem Schneider geben muss. Also das heißt, für um die, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 100 bis 150 Euro, könnt ihr euch dann die Polster, beziehungsweise die Überzüge für einen Sitz bestellen jeweils und dann das Ganze hoffentlich einfach umsetzen. Ja, genau. Aber wir probieren mal aus und optisch gefällt es uns ultra, weil es passt so gut zu unserem Bus und zu unserem rustikalen Stil. Also ich finde es absolut top. Ja, ja. Und wir freuen uns darauf. Genau. Generell, vielleicht worauf wir noch kommen. Ronja ist gerade nur auf den Tisch eingegangen. Aber um unsere Sitzecke einzurichten, müssten wir, beziehungsweise muss eine Person immer kurz rausgehen und dann den Fahrersitz drehen. Manchmal etwas mühselig, aber nichtsdestotrotz innerhalb von maximal zwei bis drei Minuten ist eigentlich die Sitzecke, so wie sie hier steht, aufgebaut. Ja, das mache immer ich. Genau, vielleicht noch als kurzer Ausblick. Die Sitzecke ist an und für sich fertig, aber was noch kommt, ist hier das Fenster. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem anderen Video angesprochen. Was wir seit Ewigkeiten machen wollen. Das steht immer noch in unserem Büro zu Hause und das ist dann wirklich vielleicht das nächste Projekt, vielleicht auch das übernächste, was wir in Anspruch nehmen möchten. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen mehr Licht. Wir haben ja jetzt eben gerade im Winter oder wenn es dunkel ist, noch die Lampe dort, wo auch sehr praktisch ist für uns, gerade eben im Winter, wenn wir frühstücken oder so. Genau, aber mit Fenster ist es dann doch noch mal einen Ticken heller. Vollkommen. Und bevor wir fertig sind mit diesem Video, möchte ich aber doch noch auf einen Nachbrenner eingehen. Und zwar das Ganze, was wir hier jetzt noch zwischen der Sitzecke haben, ist natürlich noch der Boden. Weil wir haben auf dem Boden noch ein Podest gebaut, um dementsprechend die Füße auf einer Höhe zu haben, dass sie nicht in der Luft baumeln und gleichzeitig, dass es auch ein Übergang ist zur Fahrerkabine. Und den Hohlraum, daraus haben wir noch mal ein extra Fach gemacht, was wir gerade einblenden werden, wo wir eigentlich, was haben wir da, unsere Bodenplane drin für draußen, wenn wir mal irgendwo staubig kampieren. Ja, Hängematten. Hängematten sind da drin, ein bisschen Werkzeug. Also das, was man nicht sofort braucht oder wenn man es braucht, schnell griffbereit ist. Ja, genau. Ja, super. Und dann sind wir eigentlich schon durch mit unserem Video, die Sitzecke. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ich habe nicht mal zu ergänzen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder andere Kommentare, Kritik, schreibt es uns gerne. Wir sind gespannt. Und ja, dann sind wir eigentlich durch. Ja, und bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.